in der Europa-Rochade. Er baute so circa, wie es stand heute, so circa 900 Schachprobleme, darunter sehr viele Auszeichnungen. Ich habe es ja schon erwähnt. Manfred Ritter, in die Ecke 5, dann Bauer 6, der Bauer 7, der Läufer 8, dann der Rüberziel 9, ist ja jetzt egal, die Dame ist weg. So weit sollte alles da sein. Wir wissen ja, wir müssen über Kreuz schlagen. Deswegen nimmt jetzt der schwarze Bauer die Dame raus.